The Legend of Zelda Jawohl Nee, das hättest du wohl gern Okay Wo gehen wir denn als nächstes hin? Wir könnten uns weiter nach Norden durchschlagen Gut pariert Na toll, der Pfeil hat mich natürlich erwischt, ist klar So, ein paar Bömmchens Habt ihr ein Versteck? Ja, ihr habt ein Versteck Okay Dann mal schnell rein Es ist ein Geheimnis für jeden 30 Rubine Yay, das ist doch was Okay Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wo wir sind Was gut oder schlecht ist, das werden wir später sehen Ja Dankeschön Ja Ich glaube, das kommt mir doch sehr bekannt vor, oder? Hier sind Spinnenwesen Oh Mensch Schnelle Spinnenwesen So Okay, die eine lass ich leben Hier ist ein Händler, glaube ich Wäre schön gemein, die Viecher hier Aber hey, eine Fee So Irgendwas, was ich kaufen möchte Ähm Wir können uns den Schlüssel leisten Ich sehe nur gerade Wir haben einen Schlüssel Wohl noch vom letzten Dungeon Das wäre natürlich auch irgendwie witzig Wenn wir den direkt mitnehmen Für den nächsten Dungeon Ich habe mich ja sowieso schon gewundert Warum die auch hier Schlüssel verkaufen Aber vielleicht, wenn man das Rätsel im Dungeon selber nicht gelöst hat Dass man dann doch eine Möglichkeit hat Irgendwie weiterzukommen Was irgendwie auch sehr human gemacht ist Was haben wir denn hier oben? Ganz am Ende der Welt Zeige das der alten Frau Okay Wir haben einen Brief anscheinend Alte Frau Okay Ah, ja klar Na ja klar Der ist mich trotzdem erwischt Gut, ich gucke mich hier weiter um Ah Hier haben wir wieder einen Ein Oh Ich habe mich schon so gefreut Dass das jetzt ein weiterer Dungeon ist Aber Es ist wieder eins von diesen Spielchen Die es öfter mal Bei The Legend of Zelda gibt Ich muss mir jetzt Eins von diesen drei Dingern aussuchen Und dann kriege ich vielleicht Juwelen Als Gewinn Aber wisst ihr was Darauf habe ich keine Lust Ich kann mir vorstellen Dass jetzt einer in den Kommentaren schreibt Nein, das musst du unbedingt machen Das ist ganz wichtig Sonst kommst du nicht weiter Aber Naja, zur Not Ich merke mir jetzt einfach die Ecke Einfach ganz oben Rechts Und jetzt Bewege ich mich mal Woanders hin Wir waren aber nicht ganz rechts Doch, doch waren wir Ne, doch ey Dankeschön Böhmchen Schön Ich möchte mal auch gleich ausprobieren Ich habe es irgendwie Gerochen Das ist Geheimnis Ein Geheimnis Sehr schön Wieder 30 Danke Ja, so lässt es sich doch spielen, ne? Okay Na ja, klar, dass der mich erwischt Dann sind wir jetzt hier Ist hier auch was? Kein zufällig Auf jeden Fall lasst ihr euch nicht mit Bomben besiegen Das finde ich schon mal sehr doof Na gut Na 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 Sehr viele Monster Geh weg Na 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 Ist hier was? Ist hier was? Nein Die Musik lässt mich nie mehr los Okay Wir folgen jetzt der langen Sandstraße Oder wie auch immer Ich finde der Versuch was wert Nachher wäre es dann hier gewesen Oder so Gut Gehen wir mal den Fluss entlang Von Nee, warte mal Da nicht Oder? Ich bin verwirrt Jetzt sind wir wieder beim ersten Dungeon Ich weiß Ich sollte vielleicht auch hin und wieder mal Nach links Ja doch Nach links gehen Nach Westen Aber ich würde erstmal Eine Region komplett abklöppern Und ich meine Es wird doch hier irgendwo noch Ein Dungeon geben So Hobbys Octorok Okay Also hier verlaufe ich mich definitiv noch viel viel öfter Jetzt sind wir wieder hier Wisst ihr was? Wir machen jetzt einen Plan wechseln Ich laufe jetzt nach links Im schlimmsten Fall Komme ich wieder hierher Irgendwann mal Auf jeden Fall haben wir jetzt 160 Rubine Warte mal Ist das vielleicht ein Schieberätsel? Nein Ja, ich hab's schon verstanden Ihr wollt Aufmerksamkeit Dann hinterlasst doch mal was Für mich Ja danke, eine blöde Uhr Und nicht mal Nicht mal Hobbys Oder sonst was Ich meine Wir kommen gleich zum Startpunkt Merke ich gerade Ja Gut, dann gucken wir mal Was jetzt links ist Ein Gebilde, was Ein Fall geformt ist Okay Oh, hier komme ich sowieso nicht weiter Ja toll Aber da ist was Da ist eine Höhle Ein Händler Oder was auch immer Okay Einmal oben rum Okay Dann jetzt runter Trifft den alten Mann Ah, warte mal ganz kurz Ich drücke B Vielleicht ist das die falsche Frau Kann das sein? Ich meine, es ist eine alte Frau Aber ich kann Hm Bin verwirrt Naja Gehen wir unseren Weg Weiter Weiter hab ich's auch falsch gemacht Oh egal Und zack Und zack Na komm her Ich find's aber schon irgendwie interessant Hier die ganze Zeit rumzuretseln Ich meine Es ist nicht so Dass ich gelangweilt bin Vielleicht Ja, bei ihr Ha 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 Kaufe mir die Zehn Bevor du gehst Okay Gute Habe ich jetzt die Flasche dauerhaft? Ja Okay Sehr gut Hat sich ja doch irgendwie gelohnt Dann schauen wir uns hier mal um Hier ist alles ein bisschen bräunlicher Oder wir haben schon so lange gebraucht Dass der Herbst eingetreten ist Wäre alles möglich Blöder Hund Ich hätte gern Bomben Oh Was ist denn das? Gehen wir mal rein Mhm Türkis gehalten Okay Okay Aha, sie sind besiegbar Sehr schön Okay Ergiebig Haha Noch ein Schlüssel Okay Ritter Okay, ich kann sie nicht besiegen Ich geh wieder Der Kampers Okay Geh mal schnell hier durch Was haben wir denn hier Schönes? Okay Vielleicht funktioniert ja Feuer Nein Geh weg Ich komm nicht nach unten weiter Solange die hier rumtraben Okay Wieder das Ich könnte die Medizin jetzt schon trinken Aber Ich geh das Risiko ein Und kämpfe weiter Okay Nach welchem Muster bewegen sich die Viecher? Sie haben kein Muster Nee Lass mich Lass mich Ich will da durch Aha Okay Bum bum Finde ich bummig gut Ich glaube das war noch ein Schlüssel Was haben wir denn da unten? Ach ja, die Ritter Bin ich jetzt einmal um die Drumherum gelaufen? Naja Guck mal hier mal Ah, die Karte Sehr gut Ähm Ihr wollt mir nicht allen Ernstes erzählen Wie die Karte geformt ist, oder? Halte die Klappe Halte die Klappe Äh Pssst Oh War das ein Treffer? Man kann sie doch beziehen Irgendwie Ach so, weil die ein Schild tragen Klar sicher Genau wie ich Die Frage ist nur Gibt es hier wieder ein Ähm Eine besondere Waffe Ein Item Sowas wie den Ja Wie den Bogen Und den Bumerang Den wir schon bekommen haben Hier in den anderen Dungeons Meine ich Wäre ja naheliegend Ne? Ich guck mich mal hier weiter rum Also Wir waren Geradeaus Und dann nochmal geradeaus Glaub ich Ich glaube ich entferne mich lieber erstmal von der Äh Bosskammer Die ja Dank des Kompass Markiert ist Sie sind besiegbar Okay Nicht frontal Aber irgendwie ja doch Okay Dann gehen wir jetzt links rum Eine vereinzelte Feiermaus Das ging jetzt bei dir nicht? Irgendwie doch sehr interessant Yay Und hier ist Eine Treppe nach unten Die gut bewacht ist Ich renne schnell weiter Haha Da ist doch was Ich habe Angst Vor den Feiermäusen Yay Wir haben ein Floß Okay Wir hatten ja so kleine Stege Schon gesehen Bei den Flüssen Und Seen Vielleicht wird das noch Von Nutzen sein Gut Ich schlage vor Wir gehen jetzt weiter nach Norden Ah Nicht die Viecher schon wieder Okay Dann sind wir wieder hier Interessanterweise Ähm Gut Die sind ja keine Bedrohung Vielleicht kriege ich ein Herz Von denen Wäre ganz schön Naja Rubine sind auch immer wieder gut So Bäh Okay War wieder ein Schalterrätsel Hast du schon das Schwert Vom alten Mann Auf Auf Ah Ja das habe ich Anscheinend wird das hier Von Vorteil sein Wenn es Das kann ja nur In der Nähe vom Wasserfall Unser weißes Schwert sein Das aussieht wie das Masterschwert Ah hier ist ein Schlüssel Gut den hole ich mir jetzt auch noch ganz schnell Als komme ich mir auch gar nicht zurück Autsch Von einer Flea haben wir ausgebießen Nein Geht doch Ja gut Dann haben wir weitere Schüssel Zwei Stück Kann sein dass ich die auch direkt verbrauchen muss Auf dem Weg zum Boss So Dann gehen wir jetzt weiter nach rechts Und ja Ich glaube ich werde mich wirklich nochmal heilen Bevor wir uns wirklich mit dem Boss rumschlagen Ähm Okay Wir haben wieder die Ritter Naja Okay Ich werde es gar nicht erst bis dahin schaffen Mano Ach ja Okay Ich werde mir in diesem Part noch Das Teil holen Und wenn es das letzte ist Was ich tue Herzen? 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 Ich mag diese Blubbies Ich nenne sie jetzt Blubbies Ja Ja Weiter Dann denke ich weiter Bei Blubbies Ich bin davidster Art Die ich bisher gesehen habe Die hinterlassen So gut wie immer was Okay Vorsicht Gleich wird es wieder ein bisschen fies Und dabei meinte ich eigentlich die hier Ich hoffe ich zu jagen Bitte Danke Ich habe keine Lust Mal wieder drauf zu gehen Es war schade drum Aber naja gut Jetzt haben wir die leere Flasche Mal gucken Ob wir dann so weiterkommen Ich habe Angst vor diesen Schockern Oh ein Rubin Yay Okay Dann komm mal her du Hurra So habe ich es nicht gemeint Na toll Komm her Na toll Na toll Gemein Ich hätte meinen Trank aufsparen sollen Ich habe es kapiert Blubbie Blubbie Herzen Okay Dann halt nicht Hier ist nur einer Ich habe sie fast alle ausgerottet Dafür wollte ich das gar nicht Ich will nur überleben Hm Das war jetzt auch sehr gut Okay Das wird doch irgendwie machbar sein Jetzt mache ich mir das Teil hier Dann gucke ich mal Dass ich das irgendwie schaffen kann Also ich bezweifle Dass ich mit dem Mit dem Floster Was machen muss Das wird wahrscheinlich Er für die Reise sein Vielleicht auch mit Bomben Ha Das hat er wieder pariert Hier Das ist ja auch einfach so Durchgehen Also Bomben Wenn sonst nichts hilft Dann Bomben Bomben Ich habe schon wieder kritische Energie Ich weiß Aber ist mir egal Ich wage es nochmal Ich wage es nochmal Er hat mich doch getroffen Okay Okay Ähm Ich vergeude lieber keine weiteren Bomben mehr Weil das schon eine gute Idee war Ich finde es auch irgendwie sehr gemein Dass man nur mit drei Herzen immer wieder anfängt Na da hat keines unterlassen Menno Dafür eher Hä Okay dann nicht Ich hätte diese blöde Medizin einfach sparen sollen Aber nein Aber nein Na gut Okay Die haben einen echt guten Schild. Das muss man denen mal lassen. Aber er ist nicht perfekt. Schnell wieder weg. Okay. Ich hab echt... Huffe. Gleich. Ich hab es geschafft. Ich hab es echt geschafft. Ein weißeres Herz. Und das Beste. Ein weiteres Stück vom Triforce. Mann, hat ja gar nicht mal so lange gedauert. Oh, ein Glück. Aber wir sehen es beide. Gut, egal. Er hat mich zwar wieder einen halben Herz... ...einen halben Herz-Kastbrauch gekostet, aber... Hey, wir haben es geschafft. Wir haben ein drittes Teil. Ja, so langsam wird's. Drei von acht. Und wir haben das Floß, das außerhalb unseres Kassens ist. Okay, wir können es also nicht auswählen. Es geht vielleicht automatisch zugegebenen Zeit, wenn wir uns ins Gewässer stürzen. Aber das gucken wir uns dann ein anderes Mal an, meine Lieben. Ähm... Ja. Wenn's euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben hinterlassen. Und nächstes Mal wieder einschalten. Ich sag dir mal, bis dann. Und tschibiches!